Berg, Berg! Wie viele Böcke in diesem Match kühlen? 22, 30, 40... Schwerst, die sind immer so schwach. Die können nicht mal wen kühlen. Schau, da geht der Departee rum. Wie dumm kann man sein, wirklich jetzt? Das check ich nicht. Ja, da geht der Departee rum und glaubt, ich... ich hole ihn vom Kindergarten ab. Ich vermisse jetzt mein Hetzer-Ding. Weil ich das Hetzer-Ding. Du weißt schon... Das Kleine... Ich habe da ein Lied. Soll ich sie auch filmen, die ganze Zeit statt ich? Ja. Schon Penner lernt nicht weiter. Mann, nur weil ich gerade nachladen musste. Schau, was ist... Dann kill ich schon und dann killt er nicht. Mann, wenn ich das nächste Mal sterbe, dann... okay, dann... dann drehe ich das mit dir ab. Dann habt ihr das, was ich da jetzt... auf YouTube, okay? Wurfmesser kill? Oder? 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 Nein! Pull Jai! Ich hab's heute schon getroffen. Mit meinem schönen Messer. Mann, ich schau, ich würde jetzt so gerne... Ich würde gar... Warte, warte, warte. Bitte, wenn er gegen... Das sind böse Menschen. Böse Menschen. Ne? Warte, warte.